Heute meine Freunde sehen wir die 2017 Yamaha R6. Zudem möchte ich noch kurz erwähnen, dass am 1. Dezember voraussichtlich mein Merch online geht, also höchstwahrscheinlich sogar am 1. Dezember. Ja, wollte ich nur gesagt haben kurz. Ey Bruder, ist es eine R1? Ich schwöre an, es ist eine R1. Oder doch nicht? Yamaha hat sich beim 2017er Modell R6 richtig ins Zeug gelegt und einfach die R1 geklont. Naja, fast zumindest. LED-Technik überall wo man hinblickt, dieselben Bremsen wie bei der Kollegin R1 und neue Technik sind im Serienmodell enthalten. Zumindest besitzt die neue R6 eine Upset-Down-Gabel, sowie wie angesprochen schon die Bremsen aus der R1, was bedeutet, dass hier eine Radial-Vorderrad-Bremse verbaut ist. Besseres Feeling über die Rückmeldung des Motorrads ist übrigens der neuen Sitzposition geschuldet, was sehr positiv ins Auge fällt. Die neue Yamaha kommt in zwei Farben, einmal Race Blue und einmal Tech Black und soll ab April 2017 verfügbar sein. Kommen wir nun zu den Fast Facts. Wir haben LED-Technik, wir haben ABS, sie ist Euro 4-konform, vier Kolben Bremsbacken der R1 mit einem 320mm Scheibendurchmesser, 6-Stufen-Traktionskontrolle, verbesserte Aerodynamik, brutale Rennoptik, 17 Liter Tankinhalt, 6,6 Liter verbraucht sie auf 100km, eine Sitzhöhe von 850mm, fahrfertig wiegt sie 190kg und es arbeitet in der R6, ein 4-Zylinder-Reinmotor mit 599cc. Zu meinem persönlichen Fazit zu der Maschine, ich finde sie richtig gelungen, ich fand die R1 schon geil, aber die hat halt zu viel Leistung, wenn man direkt von A2 umsteigt, finde ich, und deswegen finde ich es cool, dass die R6 jetzt quasi geklont wurde, mehr oder weniger. Sie sieht cool aus, hat beste LED-Optik, hat alles Mögliche an Bord, Traktionskontrolle, ABS und so weiter, ihr wisst Bescheid auf jeden Fall. Gar nicht mal so ein hoher Verbrauch und mit der Sitzhöhe von 850mm kommen, glaube ich auch viele Leute damit zurecht und 190kg ist ein Kampfgewicht, meine CB500F wiegt nämlich mehr, fahrfertig. Und ja, wie gesagt, ist auch in meiner Top 3 Wunschliste drin, also irgendwie muss ich die, glaube ich, mal weiten auf Top 4, na egal, auf jeden Fall, das war meine Meinung zu dem Motorrad, ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ja, hinterlassen Bewertungen, würde mich sehr freuen und vergesst nicht, 1. Dezember höchstwahrscheinlich in meinem Merch, Links und Videos folgen dazu noch, also habt einen schönen Tag, genießt es, haut rein, bis zum nächsten Mal.